Bei Suprema treibt uns seit mehr als 100 Jahren vor allem eines an – Mut. Unser Ziel? Die besten nachhaltigen Ideen für den Bau und den Erhalt von Gebäuden zu entwickeln und zu verwirklichen. Weil Umweltfragen uns alle angehen, arbeiten unsere 15 Forschungs- und Entwicklungszentren intensiv an innovativen und pragmatischen Lösungen. Schulung, Austausch und die Weitergabe von Know-how stehen bei uns an erster Stelle. Wir investieren in die Erforschung umweltbewusster Alternativen, die auf Recycling und Kreislaufwirtschaft setzen. Suprema ist ein innovatives Familienunternehmen, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und erneuert, um voranzukommen. In mittlerweile über 100 Jahren haben drei Generationen von Unternehmern die Suprema-Gruppe zu internationalem Erfolg geführt. Dank unserer Unabhängigkeit können wir mutige, strategische Entscheidungen treffen und damit den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Unserem Ziel kommen wir jeden Tag in 90 Ländern und in mehr als 70 Werken mit 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bedeutendes Stück näher. Unentwegt setzen wir uns mit der Entwicklung umweltbewusster Lösungen gemeinsam dafür ein, dass Suprema zum weltweit führenden Anbieter für nachhaltige Baumaterialien wird. Heute streben wir mehr denn je nach neuen Alternativen, mit denen wir eine bessere Welt für uns alle erbauen können.